Angst ist natürlich ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Und ich glaube nicht, dass es einen Menschen ohne Angst gibt. Und ich habe noch nie nachgezählt, aber man hat mir gesagt, in der Bibel steht 365 Mal, hab keine Angst. Also für jeden Tag einmal. Also die schönste Zusage Gottes heißt, du brauchst keine Angst zu haben. Und ich denke mir, das kann uns sehr, sehr ermutigen. Und was mir auffällt, am meisten Angst vor Menschen auf der Flucht, haben die, die nie mit Flüchtlingen zu tun gehabt haben. Da verschwindet die Angst ganz, ganz schnell. Die, die sich nicht auf Durchfühlung zu gehen trauen, denen bleibt mehr Angst. Und da kann ich nur einladen, geht es auf Menschen zu. Und ich werde jetzt merken, fressen einen nicht. Mein Name ist Schwesterin Burga Maringele. Ich bin Tertiarschwester des Heiligen Franziskus. Und wir sind hier in unserem Provinzhaus in Hall. Courage. Mut zur Menschlichkeit.